Zweites Kapitel, die Verwandlung. Uff, mein Kopf zerbricht. Fräulein Gin schaut mich besorgt an, als sie meinen Körper unter ihrer schützenden Handzucken spürt. Moment, mein Körper zuckt? Ich versuche, meinen Arm zu heben, doch scheitere. Ganz ruhig, ganz ruhig, nicht zu viel auf einmal wollen, redet die dickbäuchige Ashley auf mich ein, die über mich gebeugt im Auto steht und mich ebenso besorgt betrachtet wie Fräulein Gin. Womit hat dieses arme Wiesn das hier nur verdient? mummelt Fräulein Gin vor sich hin. Leute, ich versche nur Bahnhof, was zum Teufel ist hier los? Murphy, fahr mal langsamer, ruft Ashley dem Fahrer zu. Vermutlich handelte es sich bei Murphy um den Sanitäter mit der komischen Frisur. Der Fahrer drosselt das Tempo um gefühlte 2 kmh und braust mit 170 kmh weiter über eine rüttelige Straße, die mir das restliche vorhandene Hörn aus dem Kopf schleudert. Jedenfalls fühlt es sich genauso an. Ich kann beobachten, wie Fräuleins Mimik schlagartig von besorgt zu wütend umschlägt. In einem gefährlich keifenden Ton schreit sie, Wenn du nicht sofort das Tempo rausniffst, dann steche ich dir meine Knarre in deinen dicken Bauch, sodass du hirnloser Vollidiot platzt wie ein Luftballon. Ich sollte erschrocken sein, denn dass sie ihre Worte genauso meint, wie ich sie gerade vernommen habe, macht sie ausdrücklich klar, indem sie ihre Pistole zückt und herumwirbelt. Sanitäterin Ashley schaut entsetzt und ihr Gesicht wird kreideweiß. Beruhig dich, flüstert sie vermutlich eher, um mich anstatt Fräulein Gin zu beruhigen. Fahrer Murphy drosselt seelenruhig das Tempo von 170 auf 150, von 150 auf 110 kmh, bis der Wagen im Fahrertempo über die holprigen Straßen wackelt. Geht doch, zischt Fräulein Gin, während ich mir versuche, das Grinsen zu verkneifen. Sympathisch, sie ist mir wirklich sehr sympathisch, denke ich. Sanitäterin Ashley ist da wohl anderer Meinung, denn sie schaut immer noch verängstigt rein. Nach einer langen Fahrt, bei der kein einziges Wort mehr gesprochen wurde, kommen wir am Ziel an. Ich habe natürlich keine Ahnung, wo wir sind. Die dickbäuchigen Sanitäter hieven mich aus dem Wagen und verabschieden sich. Fräulein Gin bleibt stets an meiner Seite. Ich höre Herr Wuschel mit einer Frau reden, die genauso besorgt scheint, wie die anderen Personen, die mich bisher gesehen haben. Natürlich nehmen wir sie in unsere Abhut, höre ich die Dame sagen. Wisst ihr, was mich wundert? Ich liege schon wieder auf dem Boden. Wieso heben die mich nicht auf ein rollendes Gestell? Ehe ich mir weitere Gedanken darüber machen kann, werde ich von zwei Damen mit dreimal Düftiraten, dicken Bäuchen und kurzen Beinen auf ein Rollbrett gehievt und in ein riesiges Gebäude gezogen. Die eine Frau hat lange schwarze Haare. Je nachdem, wie sie sich bewegt, sieht ihre Frisur aus wie ein Erokäse, oder nein, so wie die Haube eines Kakadus. Ich wünschte, ihr könntet sie sehen. Aber bei dieser dicke Bauch und die kurzen Beinchen, könnte ich laut lachen, würde ich es tun. Und wisst ihr, was auf ihrem Namenschild steht? Ihr werdet es nicht glauben. Sie heißt Frau Rosa. Frau Rosa mit der schwarz gefärbten Kakadu-Frisur. Ob sie die Haare gefärbt hat, weiß ich natürlich nicht. Nur so eine Vermutung von mir. Wir bringen dich an einen sicheren Ort, erzählt sie mir dem halbtoten Wesen, das seine Gliedmaßen noch immer nicht bewegen kann. Die Leute hier sind zwar ein bisschen schräg drauf, aber immerhin hilfsbereit. Das muss man ihnen lassen. Wie geht es ihr, höre ich es hinter mir rufen. Fräulein Gin kommt hinter uns hergerannt. Na, wie soll's hier gehen? Genauso wie vor einer Minute auch, antwortet die andere Dame mit dem dicken Bäuchlein und den Stummelbeinen trocken. Bisschen freundlicher beim nächsten Mal, bitte. Danke. Danke, grummelt Gin vor sich hin und wirft einen besorgten Blick zu mir herüber. Bisschen überbesorgt, die gute Polizistin, denke ich mir. Als ob ich innerhalb einer Minute wegsterben würde. Wir bleiben vor einer Haustür mit einer großen, angeklebten 60 stehen. Frau Rosa klopft an. Sixty, wir haben Besuch. Englisch können sie hier wohl auch. Interessant, denke ich. Eine große, schlanke, aber dennoch muskulöse Frau mit dichtem roten Haar schaut uns erwartungsvoll an. Ach, wie schön ein Neuling, ruft sie begeistert. Bringt sie rein, ich kümmere mich um alles Weitere. Die zwei Damen nicken und gehen. Sixty schaut voll an Gin erwartungsvoll an, während diese, geht das schon wieder los, vor sich hin, murmelt. Ich sehe, wie sie versucht, sich zusammenzureißen und höre, wie sie höflich erklärt. Ich bin Polizistin Gin und habe die Verantwortung für den Neuling übernommen. Ich werde daher nicht gehen, sondern bleiben. Sollte damit ein Problem bestehen, muss ich andere Maßnahmen ergreifen, wenn du verstehst, was ich meine. Während sie redet, schaut sie der großen Frau steil in die Augen und lässt ihren Blick zu ihrer Waffe gleiten, als sie die letzten Worte ausspricht. Die große Frau nickt unbeeindruckt. Es braucht keine weiteren Worte, um die Situation zu klären. Ich werde auf ein weiches Kissen gehoben, das auf dem Boden liegt. Also irgendwie haben die es hier mit ihrem Boden. Von einem Krankenbett haben die wohl noch nichts gehört? Die große Frau kniet sich zu mir auf den Boden. Hallo, mein Neuling, hab keine Angst. Dir wird es hier sehr gut gehen. Kannst du mich verstehen? Ehe ich reagieren kann, zischt Fräulein Gin. Natürlich kann sie dich verstehen. Die große Frau redet unbeeindruckt weiter. Bitte mache dich bemerkbar, wenn du mich verstehen kannst. Ich rolle mit den Augen und versuche sie anzugrenzen. Dabei zucken meine Mundwinkel. Mehr passiert nicht. Erfreut schaut mich die große Frau an und fährt fort. Ich erkläre dir jetzt, wo du bist und was dich in Zukunft erwarten wird. Mache ihr ja keine Angst, zischt Fräulein Gin dazwischen, die sich auf der anderen Seite neben meinem Kopf niederlässt und Sixty argwünnig mustert. Neuling, du lebst nicht mehr, du bist tot. Sehr taktvoll, sehr taktvoll, wirft Fräulein Gin ironisch ein. Ich erstarre. Wie, ich bin tot? Ich bin noch hier und fühle mich ziemlich lebendig. Naja, außer der Körper. Der fühlt sich eher halbtot an. Da haben die zwei schon recht. Aber alles andere? Nein, das kann doch nicht sein. Wie konnte das passieren? Ich bin verwirrt, ich bin verwirrt. Kann mich jemand kneifen? Hallo? Sie hyperventiliert, hol den Arztruf, Fräulein Gin panisch. Wenige Sekunden später höre ich die Stimme der Dame, die mich zu Anfang in Empfang genommen hat. Ich eile herbei, ruft sie über den Flur, den ich zuvor entlang geschoben wurde. Ihre kurzen Stummelbeinchen tippeln über den Fliesenboden und der Bauch hüpft empor, als sie schwungvoll die Tür öffnet. Was ist los, mein Neuling? Beruhig dich. Was hast du ihr erzählt, Sixty? Sie schaut die Frau mit den roten Haaren vorausvoll an. Na, das übliche, glück, Sixty. Die Dame, auf deren Namensschild witzigerweise Pinky steht, schaut Sixty mit einem strafenden Blick an und schaut daraufhin auf ein nun grinsendes Ich hinab. Pinky, ich werde bekloppt. Wieso haben die alle so witzige Namen, frage ich mich. Frau Pinky schaut mich erstaunt an und sagt. Na, der Neuling ist aber seltsam. Jetzt lacht er ja schon wieder. Konnte er eben schon lachen? Sixty und Fräulein Gin schauen sich an und verneinen gleichzeitig. Er lacht wie wunderbar, streit Sixty. Erzählt dem Neuling Witze, bis er bereit für die Wahrheit ist. Dies ist ein Befehl. Mit diesen Worten dreht sich Frau Pinky um und geht. Nun gut, du bist in der Hölle gelandet und wir sind die Untertanen des Teufels, lacht Sixty lauthals. Was soll das denn nun schon wieder? fragt Ginny empört und haut folgende Worte raus. Ich bin Gott und du, mein Neuling, bist ein Engel, der mir gesandt wurde. Wie kitschig und übertrieben, ruft Sixty. Ich schaue irritiert von dem einen zum anderen. Völlig verrückt, völlig verrückt. Was ist nun mit denen falsch? Ich versuche, meinen Arm zu heben und bemerke, wie mein Körper anfängt zu zittern. Sixty und Gin betteln sich weiterhin mit ihren dämlichen Witzen, während mir ein Schauer nach dem nächsten über den Rücken läuft. Mein Körper scheint sich zu verwandeln. Das träge Gefühl entweicht und ein leichtes Gefühl überkommt mich. Ich fühle mich wie eine Feder im Wind. Doch das Gefühl hält nicht lange an. Meine Arme werden schwer. Ich hebe einen Finger. Und es funktioniert. Ich kann meinen Finger bewegen. Am liebsten würde ich aufspringen und vor Freude tanzen. Aber es geht nicht. Noch nicht. Mittlerweile starren mich Sixty und Gin mit großen leuchtenden Augen an. Es geht los, murmelt Sixty. Ich schaue auf meine Händen hinab und erschrecke mich zu Tode. Naja, angeblich bin ich ja schon tot. Aber ich würde mich zu Tode erschrecken, wenn ich es noch nicht wäre. Ich habe Fell an meinen Händen und an meinem Finger, den ich eben bewegt habe. Es ist kein Finger, sondern eine Hundekralle. Es wird ein Hund, begeistert starrt mich Fräulein Gin an. Ja, höre ich Sixty enttäuscht sagen. Ich wollte schon immer einen Hund haben. Wie toll. Fräulein Gin springt vor Freude umher und ich weiß gar nicht mehr, was ich überhaupt noch denken oder sagen soll. Ich warte ab und lasse alles über mich ergehen. Denn meine Hände und Füße werden zu Hundefoten, meine Haut wird zu Fell und meine langen Haare werden zu einer wuscheligen Mähne mit Schlappohr. Wieso ich das so gut beschreiben kann? Weil vor mir ein Spiegel steht. So positioniert, als hätte er nur auf diese Verwandlung gewartet. Das war's. Mal sehen, wann es weitergeht. Vielleicht morgen oder übermorgen. Wir werden sehen. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.